ja hallo ihr lieben kurzes video über polarität genau schon mal meine dating kurse rein auf liebe schiff wenn ich meine arbeit interessiert es gibt auch noch selbst liebe challenge und den neuen residenzkurs zum frühbucher preis und wir haben heute das gute laune thema polarität und feminismus also polarität ist ja dieses den gang männliche aber auch die polarität was ich mal wieder gebetsmühlen artig sage wie wichtig ist das im dating und beziehung ist und ich sage es nicht einfach nur so ich sage es auch weil ich seit über 20 jahren partherapeut bin und einem das wirklich vor die füße fällt jeden tag so mehr oder weniger oder ist zumindest und man könnte jetzt meinen das wird nicht zusammengehen also ich würde mich auch gar nicht trauen da was selber darüber zu sagen als hetero nicht mehr ganz junger cis mann wie man es heute so sagt aber ich habe mal einen kommentar gefunden würde ihn gerne vorlesen weil ich finde dass der trifft einfach so perfekt also da schreibt die dame ich kann nicht nachvollziehen dass das thema polarität so viele negative wellen wirft ich verlinke auch noch mal das video wo das wo sie das zu runter geschrieben hat ich würde mich selbst vom mindset als feministin bezeichnen und bin den großteil des tages in meiner young energie also young heißt anders wort für männlich aber ich bin den und ja gar nicht auch was noch besser weil das nicht so noch mehr dieses allgemeine fokussiert in meiner young energie rational fokussiert klar entscheidungsfreudig willen stark dinge vorantreiben trotzdem oder gerade deswegen genieße ich es total im dating in meine yin energie zu schlüpfen entscheidungen abzugeben loslassen mich anlehnen zu dürfen und nicht zu viel nachzudenken und das geht nur mit einem mann der voll in seiner young kraft ist mit jemanden der klar ist und souverän die führung übernimmt klammer auf im kontrast zu toxischer maskulinität in form von dominanz klammer zu und die starke schulter zum anliegen anlehnen bieten kann ja manchmal schreibt er sachen wirklich besser als ich das hier formulieren könnte ist also es trifft den nagel auf den kopf muss er das immer tun wir tragen alle beides in uns beides hat seine qualität und berechtigung und geht darum dass es für sich stimmig zu harmonisieren und herauszufinden wo man welche qualitäten leben möchte das macht das symbol selbst eigentlich schon sehr deutlich also dass jen und jang symbol also perfekter kann man es nicht sagen und sehe ich ganz genau so und selbst wenn man jetzt sagt im dating will ich auch jank energien leben als frau ja macht das dann brauchst halt nur ist auch völlig in ordnung brauchst halt nur ein jenmann dafür also dieser versuch der heute immer wieder gemacht wird vor allem auf social media ist alles glatt zu ziehen und es ist alles egal und ja es ist vielleicht egal in welche rolle du schlüpft ne das kannst du natürlich kannst du sagen ich möchte ich möchte in jeden rolle schlüpfen weil ich möchte in den jang rolle schlüpfen nur du kannst an dating gesetzen kannst du nichts ändern du kannst nicht wie hat jemand geschrieben unter meinem video mit dem freien willen hat jemand drunter geschrieben du kannst zwar machen was du willst aber du kannst nicht wollen was du willst und genau so ist es du kannst nicht sagen ich schlüpfe jetzt in die und die rolle und will das und das wollen nee du willst das was eben dating mäßig passt und sozusagen wie deine voreinstellungen eben sind in deinem system und wenn du sagst ich will jetzt unbedingt den ganzen dach in meiner young energie spielen auch beim dating ja da passt eben kein young mann dazu das geht schief kann man vor die wand rennen kann man ablehnen kann man zum kotzen finden ich weiß zwar nicht warum das so schlimm ist weil ich polarität heißt einfach nur wie die frau ja auch sagt man schlüpft in die rolle in die man gern schlüpfen möchte indem man sich wohlfühlt wo ist das fucking problem ich verstehe es auch nicht aber also jetzt kommt ja gerade mal neues buch aber ich glaube dass danach muss ich mal polarität machen muss ich dem verlag noch müssen bearbeiten glaube ich also ich weiß auch nicht warum da immer wieder gegen angerannt wird und mit man tut sich keinen gefallen damit also nehm du versuchst gegen eine geradezu gesetzliche dynamik in beziehungen die trotzdem völlig frei wählbar ist wie gesagt du kannst ja wählen von welchem standpunkt du kommst aber gegen seine dynamik gegen anzurennen ist einfach nur dumm und du machst das dating leben unfassbar schwer aber viele machen das ja gar nicht bewusst sondern sind einfach gehirn gewaschen von 50 60 jahren hollywood film und pol hollywood film in den 40er und 50ern die hatten noch polarität gut da gab es andere probleme aber polarität hatten die noch aber ja gehirn gewaschen von wahrscheinlich auch leuten dies auch gar nicht böse meinen aber die einfach sich vielleicht wünschen eine bestimmte man bräuchte als man vielleicht nicht in seiner polarität zu sein und machen dann filme wo männer nicht in ihrer polarität sind und kommt wieder die katze und haben aber unfassbaren dating erfolg nur das macht eine schöne geschichte sein in seinem hollywood film aber es funktioniert einfach nicht in diesem sinne wir sehen uns bald wieder